Hallo meine lieben Zusehen und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin Update auf dem Kanal, zu einem neuen Krypto Update. Wir analysieren heute die aktuelle Lage nochmal kompakt für euch zusammen. Wir schauen uns jetzt an, ob dieser Triple Button volide sein könnte, was ich von diesem Dreifachboden halte. Und konkret machen wir eine kompakte Zusammenfassung. Wir starten direkt damit los, davon noch ein kurzer Hinweis auf meine Telegram Gruppe. Den Link dazu findest du in den Kommentaren. Es würde mich mega freuen, wenn du rein joinst. Und bevor ich mit der Analyse loslege, noch ein kurzer Hinweis zu meinem Free-Commerce-Video. Die Kommentare sind wirklich extrem vorhanden. Das Interesse ist ziemlich groß. Ich bekomme auch heute noch Kommentare. Ich möchte euch nur kurz darauf hinweisen, dass das Video auf alle Fälle kommen wird zu den Bots. Es wird nur noch ein paar Tage dauern, weil ich natürlich alle Setups durchteste, auf den frischenden Coins und eben auch meine Swing-Trading-Strategien nochmal anpasse, um euch das Ganze im Video dann zu präsentieren. Momentan nutze ich eben die Smart-Trading-Oberfläche hauptsächlich, aber ich teste gerade auch diverse Scalp-Bots. Und die Scalp-Bots ist halt das Thema, ich würde euch nicht empfehlen, in so einer Eskalationsphase, wie wir sie jetzt sehen, auf Bots zu vertrauen. Weil da würde ich lieber manuell trainen und wirklich teilweise auch als Trades draußen bleiben, weil selbst die besten Bots können diese Panik-Phase irgendwie nicht gut auffangen. Aber kein Stress, das Video kommt noch. Ihr könnt euch gerne das alte Video anschauen und euch mal anmelden und die Smart-Trading-Oberfläche anschauen. Und das mit den Bots mache ich noch in den nächsten Tagen oder auch nächste Woche. Wir sind jetzt hier am Bitcoin-Daily-Chart und die Nachfrage ist ziemlich groß nach diesem Dreifach-Bot, nach diesem Triple-Bot. Und ich erkläre heute nochmal für die Anfänger unter uns, was denn die Charakteristika hinter so einem Dreifach-Bot ist. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt hier an dieser Linie starken Support gefunden. Ich sage jetzt aus Prinzip noch stark unter Anführungsteichen, weil der jetzige für mich nicht wirklich stark ist. Aber darauf gehen wir konkret noch ein. Auf alle Fälle haben wir beim zweiten Touch und beim Rand von 6.800 auf 9.900 auf alle Fälle starken Support gefunden. Wir hatten das erste Mal den Fall, dass wir hier von 5.800 war es glaube ich auf 11.800 hochgebounced sind. Und dann hatten wir das zweite Mal den Fall, dass der Support hier wieder valide war. Und im konkreten Fall heißt so ein Doppelboden, dass die Bullen, also die Käufer gesehen haben, okay, der Support hat beim ersten Mal gehalten, der Support hat beim ersten Mal für einen Run von 5.800 Dollar auf 11.500 Dollar gesorgt. Dieser Preis scheint sehr valide zu sein und der Bitcoin scheint für diesen Preis gerechtfertigt zu sein. Deshalb haben wir zweimal an diesem Punkt eine Umkehr des Marktes gesehen und auch einen Run nach oben. Jetzt sind wir das dritte Mal bei diesem Punkt und die Bullen werden jetzt sagen, okay, wir sind das dritte Mal nicht unten durchgebrochen. Das Ganze könnte jetzt wieder in einem Run enden und die Leute kommen jetzt wieder in den Markt und kaufen zu diesem Preis wieder Bitcoin, weil sie den Preis für valide sehen. Aber ich sehe das Ganze noch mehr als kritisch, weil wir können einfach nur die Signale nehmen, die wir momentan sehen und die Signale sind alle mehr als bearish. Der komplette Markt ist bearish. Aber ich habe auch noch zwei, drei bullische Fakten oder Signale oder psychologische Fakten für euch, die wir dann auch noch durchgehen, um euch ein wenig Mut zu schenken. Aber wenn wir konkret jetzt hier diesen Trendline-Test schon wieder ansehen, dann frage ich mich einfach, wo ist die Reversal-Candle? Wenn wir jetzt hier Supporten getestet haben, wir könnten zwar auch noch argumentieren, dass wir auch, wo wir das letzte Mal von dieser Support in der Gebauen Szene ein, zwei Tage gebraucht haben, bevor wirklich die große Candle kam. Aber momentan sehen wir einfach keine gute Reversal-Candle. Wir hatten zwar gestern eine grüne Candle gehabt und wirklich nach unten nochmal Platz gemacht. Also die Bären haben versucht, uns unter die Trendline zu drücken, haben sie nicht geschafft und auch eine grüne Candle geschlossen hat. Aber es ist kein Reversal. Also eine Reversal-Candle müsste mindestens über 7.000 gehen und auch über 7.200. Denn da kommt jetzt das nächste ins Spiel. Wir haben einfach die wichtige Trendlinie gebrochen. Und das wäre erstens einfach auch mal die Kapitulation. Selbst wenn der Triple Bottom jetzt noch hält, das Wichtigste, was wir eben verloren haben, sozusagen, war dieser Kampf um diese Trendlinie. Weil wenn die Bullen wirklich da wären und wenn die Bullen wirklich interessiert wären, den Bitcoin zu kaufen, dann wäre er niemals durch diese Trendlinie durchgerasselt und jetzt eben bei diesem Alt noch sozusagen am Live-Support. Also es war wirklich den schlimmsten Kampf, den wir aus Sicht der Bullen verloren haben, war um diese Trendlinie, weil diese Trendlinie ist jetzt natürlich auch auf der Oberseite wieder starke Resistance. Ihr müsst euch das ja besser vorstellen oder eben, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, wenn eine Supportlinie, also eine Supportlinie nach unten durchbrochen wird, dann wird das beim nächsten Anstehen eine Resistancelinie. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier bouncen, dann haben wir in diesem Bereich sehr starke Resistance, die wir erst mal brechen müssen. Das heißt, konkret, wenn wir jetzt bouncen, dann müssten wir mindestens 7.400 brechen, damit wir wirklich von einem guten Reverse ausgehen könnten, wonach es momentan wirklich nicht aussieht. Wirklich nicht. Selbst wenn wir jetzt auf 7.000 gehen, 7.100 ist alles im Bereich des Möglichen, bevor wir nochmal runtergehen. Ich will euch nur die realistischen Szenarien nahe bringen, nicht irgendwie Panik verbreiten oder irgendwie irgendwas schlecht drehen. Ich bin selber bullish auf Bitcoin, aber momentan haben wir einfach dieses Szenario. Auch hier beim RSI, wir sind beim RSI, wir waren schon mal hier unten und wir sind zwar auch hier mal gebounced, aber RSI kann tiefer gehen im Daily Chart, definitiv. Wir haben auch hier eine Zone, wenn wir uns hier eine horizontale Linie anlegen, dann sehen wir auch konkret, wir sind noch nicht am Boden, was den RSI betrifft, auch wenn wir schon einen ziemlich Oversault-Bereich haben. Das wären jetzt mal so die bearishen Signale. Wir könnten auch nochmal einen Wave-Count durchgehen, aber den will ich momentan einfach euch gar nicht zeigen, weil sonst die Panik vielleicht zu groß werden würde und auch Wave-Counts sind für mich nur da, um das generelle Sentiment zu erkennen, ist für mich jetzt nicht irgendwie ein fixer Punkt, dass wir auf 4,9K gehen oder 5K, die eben oft durch die sozialen Medien gehen. Was können wir jetzt noch kurz besprechen? Vielleicht noch den Trade, den ich gestern genommen habe, weil ich will ja so gut wie möglich den Bitcoin pushen und bullish auf den Bitcoin sein, deswegen shorte ich auch nicht zur Zeit. Ich will echt nicht mehr den Bitcoin shorten, weil der Preis schon wirklich so down ist und als Bitcoin-Permabulle will ich einfach nicht daran partizipieren, dass der Bitcoin weiter down geht. Deswegen habe ich konkret auf diesen Bounce hier gewartet und dieser Bounce, der war wirklich gut zu erkennen, weil man die Altcoins eben, meine Altcoins ist immer so, man sieht die Altcoins oft pumpen, bevor man den Bitcoin pumpen sieht. Und ich habe das auf Twitter hier auch kurz dokumentiert, das war dieser Trade hier auf Bitmax, das war ein kleiner Profit von 0,036 Bitcoin. Auf alle Fälle hat man hier gesehen auf diesem 15-Minuten-Chart, auf dem 5-Minuten-Chart, das sieht man sehr oft, wenn diese Trendlines eben zum Support wären. Diese Strategie habe ich konkret von Philarcoin letztes Jahr schon gelernt und die wende ich zur Zeit einfach bei den Swing Trades fast immer an, weil das ist einfach das Szenario, was wir sehen wollen. Wir haben diese EMAs, ich klicke gerade nochmal drauf, damit ihr seht, das ist eine EMA, das ist die 8, 13, 21, 55. Ich kann euch das Skript auch gerne reinkopieren, das ist ein Skript, wo ihr dann alle habt. Und dann, wenn wir das sehen, jetzt zum Beispiel hier, wir haben jetzt hier diese rote Kerze, will runterdrücken, schafft es nicht. Diese rote Kerze will auch runterdrücken, schafft es nicht. Hier eine grüne Kerze, die drüber schließt, wieder Striche nach unten, also die Bären haben versucht, diese Kerze nach unten zu schließen, also bin ich hier konkret lang gegangen, also sie ist jetzt wirklich komplett davor. Und auf dem 5-Minuten-Timeframe passieren diese Crossovers natürlich früher, außer auf den 15-Minuten-Timeframes, und sind aber auch weniger aussagekräftig. Das heißt, ihr wollt solche Crossovers konkret auf den niedrigen Timeframes sehen, wenn ihr es kalten wollt. Das heißt, für mich, hoher Hebel und sehr kurze Positionszeit, in dem Fall vielleicht eine Stunde oder so, oder eine halbe Stunde, weil ich spekuliert habe, dass es noch höher geht. Und das sind dann eben diese Setups, die ihr sucht. Genauso ist das hier, wenn ihr zum Beispiel hier shorten wollt. Ihr seht, ups, das ist jetzt natürlich schwierig zum Hochscrollen, aber, hier hat es man auch gut sehen können, seht ihr diesen Crossover hier auf die Resistance-Seite. Das heißt, wenn die 55-Day EMA ganz oben ist, also auf dem Top sozusagen, der anderen drei EMAs, dann ist das ein Zeichen, short zu gehen. Und hier hätten wir wieder ein Zeichen, long zu gehen. Das wäre hier ziemlich spät gekommen, weil es eben ein 15-Minuten-Timeframe ist, und weil eben, ihr müsst euch vorstellen, weil immer die Frage ist, wie man die Timeframes zusammenzählen kann, auf den niedrigen Timeframes sind solche Signale unaussagekräftiger, aber sie sind früher da. Das heißt, ihr könntet eben frühere Einstiege signalisieren, aber ihr müsst euch auch im Klaren sein, dass diese Einstiege hier auch ziemlich schnell switchen. Weil wenn wir uns das auf den 45-Minuten-Timeframe ansehen, dann seht ihr das hier. Das heißt, auf dem 15-Minuten-Timeframe hatten wir die 55-Day EMA als starken Support, und hier haben wir sie noch als starke Resistance. Nur mal so als Vergleich. Das heißt, wir sind direkt hier nochmal nach unten geschlossen, weil eben hier die 55-Day EMA-Resistance war. Ich weiß, das war jetzt ein wenig kompliziert, vielleicht zu schnell erklärt, aber ich kann dazu noch ein separates Video machen. Ich wollte es euch nur mal kurz erklären hier, wie man eben auch in einem Bärenmarkt Trades machen kann, ohne jetzt hart zu shorten. Wenn ihr shorten wollt, könnt ihr auch auf BitMEX gehen und dann eben entsprechend eure Shorts reinknallen, aber ich mache es momentan nicht, weil ich eher Bitcoin-Bull bin und deswegen eher schaue, dass ich die Bounces mitnehme, wo man eben auch long gehen kann. Wir wollen jetzt noch kurz darüber reden, ob es noch bullische Faktoren gibt, und ich habe ein, zwei Sachen, nämlich ein wenig Bullisch-Stimme, nämlich ein Faktor wäre, dass momentan wirklich jeder über ein 5K-Szenario spricht. Und wenn wirklich jeder Amateur sozusagen und jeder Noob und wirklich Leute, die sich überhaupt nicht mit Analyse befassen und auch wenig mit Krypto an sich, wenn die Leute schon von 5K sprechen und von 4,8K und 4K und 3,5K oder was ich alles höre, dann ist das, was antizykluses Verhalten betrifft, schon mal irgendwie ein Pluspunkt, wo ich sage, okay, irgendwas passt da nicht zusammen, wenn wirklich jetzt einmal wieder jeder von 5K-Szenarien spricht, ist irgendwie das gleiche Äquivalent, wie wenn jeder von 10K-Szenarien spricht, als wir bei 8K waren oder bei 9K. Das passiert, wir sind gedroppt. Als wir auf 8,2K gehen wollten, von 7,5K hat jeder gesprochen, von 8,2K sind gedroppt. Jetzt gehen wir auf 6K. Jeder eröffnet Shop-Positionen. Leute, die eigentlich nicht shorten sollten, weil sie nicht mal wissen, wie man Chart analysieren, eröffnen den Shop-Positionen. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt natürlich auch gegeben, dass diese Leute gerackt werden sozusagen und dass diese Shorts gesqueezed werden. Wir haben hier das interessante Zone. Wir hatten letztes Mal den RSI bei den Bitcoin Shorts in diesem Bereich, als wir den großen Short-Crease gesehen haben. Das heißt, Positionen wurden liquidiert und wir hatten eine 1.000 Dollar Candle. Das gleiche hier. Hier hatten wir extrem hohen RSI bei den Shorts und wir hatten einen massiven Drop. Und jetzt schaut mal, wo wir jetzt sind beim RSI bei den Shorts. Vielleicht gibt euch das Mut. Ich muss euch das kurz vorstellen, falls ihr das nicht versteht. Wenn jemand Short-Positionen aufbaut, also wenn die Short-Positionen aufgebaut werden, dann haben wir einen Liquidierungspreis, weil man eben diese Short-Positionen mit Hebel tradet. Das heißt, wenn dieser Preis getroffen wird, dann müssen diese Käufer automatisch zurückkaufen. Jetzt haben wir auch viele Leute, die Short sind seit 8.500, seit 9.000, was weiß ich. Die haben alle ihre Stop-Losses drinnen. Das heißt, wenn jetzt Leute hergehen mit viel Geld, die diese Stop-Losse jagen wollen, dann werden sie versuchen, den Markt zum Bounce zu bringen. Die Trader gehen auch mit rein, weil sie sehen, okay, der RSI ist niedrig, wir sind vielleicht in einem Bounce. Wenn dieser Bounce kommt, dann werden als erstes diese Stop-Loss getriggert. Es werden Millionen Positionen dazu gezwungen, zurückzukaufen, weil den Short schließt man, indem man kauft, weil es ist eben das Äquivalent von Verkaufen. Es werden Millionen Positionen zurückgekauft. Der Preis geht aufgrund dieser Stop-Loss getriggerten Short noch mal höher. Wenn dieser Preis noch mal höher geht, dann kommen wir in die Regionen, wo eben die Liquidierungspreise, mancher Short sind. Wenn diese Liquidierungspreise getroffen werden, dann werden wir diese Short auch zurückgekauft, was zu einem hyperbolischen Run führen könnte, zu einer Art 1.000 Dollar Candle. Nur um euch mal zum Schluss des Videos ein wenig Bullets zu stimmen. Und ich würde sagen, es reicht für das heutige Video. Ich weiß, generell sieht es natürlich noch sehr bearish aus. Würde mich echt nicht wundern, wenn wir bald noch mal auf 6K droppen oder vielleicht sogar auf 5K. Aber ich würde euch empfehlen, nicht zu sehr in Panik zu verfallen. Wenn ihr wirklich auf Trades ausseit, schaut auf den niedrigen Time-Frame und sucht eure Einstiege da. Macht das Ganze nicht langfristig, weil ein Bounce kann immer kommen. Wenn ihr mit Hevel jetzt shortet und es kommt ein 300 Dollar Bounce zum Beispiel, dann seid ihr auch schon ziemlich down. Deswegen passt auf. Es kann ein Squeeze kommen auf alle Fälle. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technikryptor.